Sie kann so aussehen oder so, sie wird bedroht, aber es ist unsere Verantwortung sie zu schützen. Sie bedeutet für jeden Menschen etwas anderes, aber wenn wir sie erreicht haben, wissen wir alle, wie sie aussieht, wie sie sich anhört oder wie sie sich anfühlt. Und wenn wir alle für sie kämpfen, wird sie uns schließlich zusammenbringen. Die Freiheit. Die Freiheit. Aber die Freiheit. Die Freiheit. Die librewehr.